Musik Hier zeige ich euch ein weiteres Geschenk, Ludwig II. Diesen Schwan, den gibt es ja in Neuschwanstein, auch aus Porzellanen, richtig groß. Und der Ludwig hatte dann irgendwann die Idee, doch von diesem Schwan Abbilder in Miniatur zu machen, damit er die dann verschenken kann. Leider sind da ganz wenige Exemplare erhalten und das ist eines davon. Ich kenne bisher nur noch ein einzig anderes Exemplar, wunderschön genau nachgearbeitet dem Original, das in Neuschwanstein in Groß steht. Musik 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 Musik